Denn wenigstens wollte man doch, wenn man schon seine ganze Existenz verpasst und verträumt hatte, verstanden haben, welche Struktur dahinter steckte, dass das Was verbarg und nie erkennen ließ und zu welchen Behufe er ausschließlich das Wie der Handlungsaktivität ins Bewusstsein kommen ließ. Dem puren Akt, das pure Agieren. In Wiederholung des traumatischen Wiederholungszwang dessen, dass sich der Antwort enthob und in die botschaftslose Verantwortungslosigkeit verabschiedet hat, um den Rissluftmangelspalt das Loch einzuführen, damit der traumatische Wiederholungszwang sich persistieren machte. Die Kamera spinnt wieder, auch ihr scheint es zu heiß zu sein. Der Mangel Rissluftspalt.